E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal treffen wir den Podcast der virtuellen Stadtwerke Luxhausen. Seit 2022 informiert er über die Angebote der Cloud-Plattform von Linktech für Stadtwerke. Der Name des erfundenen Stadtwerkes lag nahe, weil der lateinische Name des europäischen Luxes Links-Links ist. Mit der originellen Form der Information als Podcast aus Luxhausen bereitet Linktech seine Angebote für kommunale Unternehmen plastisch und unterhaltsam auf. Ich spreche darüber mit der Linktech-Geschäftsführerin Mandy Schwerend und der virtuellen Chefin der Stadtwerke Luxhausen, Charlotte. Schön, dass ihr euch Zeit für ein Gespräch nehmt, Mandy und Charlotte. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Wo treffe ich euch gerade an? Ich bin im Office in unserem Firmensitz in Hannover. Und ich melde mich aus dem wunderschönen Luxhausen. Ich hoffe, dass die Verbindung einigermaßen stabil bleibt, denn aktuell haben wir hier draußen auf der grünen Wiese leider ein wenig mit der Anbindung zu kämpfen. Unser Gebäude wird umfassend saniert und in diesem Zusammenhang treten immer wieder einmal unangenehme Überraschungen auf. Ich hoffe, dass das bald vorbei ist. Luxhausen, der Name klingt irgendwie idyllisch. Ja, das ist Luxhausen in gewisser Weise auch. Ich bin erst vor kurzem hergezogen und habe ein Apartment in zentraler Lage gefunden. Ist klein, aber fein. Und in Luxhausen ist ohnehin alles zentral. Zum Glück gibt es von der Wohnung einen direkten Zugang zu einem grünen Gärtchen. Als alleinerziehende Mutter mit kleinem Kind weiß man sowas zu schätzen. Außerdem ist man schnell im Wald. Ich jogge gerne in der Natur, auch längere Strecken. Das haben wir gemeinsam, Mandy, oder? Ja, auch ich bin eine passionierte Läuferin. Und wir tauschen ab und an Yoga-Tipps aus. Aber wir wollen ja hier über die Stadtwerke sprechen. Genau. Worin bestehen die zentralen Herausforderungen für die Stadtwerke Luxhausen? Und was möchtest du als neue Geschäftsführerin als erstes in Angriff nehmen, Charlotte? In meiner Funktion als neue CEO sehe ich meine vordringliche Aufgabe darin, die digitale Transformation in den Stadtwerken Luxhausen voranzutreiben. Wir müssen unsere IT-Landschaft grundlegend verändern, da eine Softwareumstellung bevorsteht. Wir haben ausgiebig recherchiert und sind dabei auf LyncTech gestoßen. So kamst du dann ins Spiel, Mandy? Ja, Charlotte hat mich angerufen. Ich denke, das muss Anfang des Jahres gewesen sein. Und seither versuchen wir, eine Produktdemo in den Stadtwerken Luxhausen umzusetzen. Du sagst es. Die Mühlen mahlen leider ziemlich langsam bei uns. Und als die neue weiß ich noch nicht so recht, ob das vielleicht typisch für unser Unternehmen ist. Ständig werden Entscheidungen verschoben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es in diesem Zusammenhang nicht mit rechten Dingen zugeht. Bevor wir näher darauf eingehen, ich habe gehört, dass ihr eure digitale Transformation als Podcast festgehalten habt. Ja, ganz genau. Das ist ja ein ganz ungewöhnlicher und auch innovativer Ansatz. Lasst uns da mal kurz reinhören. So, guten Tag, Stadtwerke Luxhausen. Ich bin Charlotte. Ich bin eure neue CEO. Mein passioniertes Vorhaben ist es, die Stadtwerke ab jetzt an eine digitale Transformation heranzuführen. Um Gottes Willen. Hallo, Charlotte. Ja, Tag. Um eine Vorstellungsrunde kommen wir auch nicht drum rum. Ich will natürlich wissen, wer ihr seid und mich auch vorstellen. Ich hasse Vorstellungsrunden. Hallo, ich bin Carla. Was? Entschuldige, ich habe Schluckauf bekommen. Muss der Schreck sein. Nee, durch den Schreck geht der Schluckauf wieder weg. Ach so? Ich bin Carla. Ich, ähm... Bah! Mann! Entschuldigt, muss ja aus dem Nichts kommen, sonst erschreckt man ja nicht. Bist du da gut, Kerstin? Denke schon. Toll, Manfred. Auf in ein neues Zeitalter. Auf meiner Suche nach der Lösung, wie wir die Stadtwerke aufrüsten und digitaler machen können, bin ich in meiner Recherche auf die Cloud-Plattform von Lymtec gestoßen. Die bieten ein Komplettpaket zur Digitalisierung aller vertriebsrelevanten Prozesse an, das uns jede Menge Arbeit abnehmen wird. Aha, das heißt, wir werden alle gefeuert. Ich verstehe deine Besorgnis, Kerstin, aber nein. Lymtec kann man sich so vorstellen wie Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel für den Körper. Ein Vitamin-C-Booster zum Beispiel. Morgen beginne ich gleich, euch die Lymtec-Cloud-Plattform vorzustellen. Hat jetzt noch jemand Fragen? Ich sehe, wie Kerstin sich tuschelnd zu Olaf beugt. Was heißt Cloud? Wolke. Oh. Bis morgen. So war das an deinem ersten Tag? Ja, so war mein erster Tag in den Stadtwerken Luchshausen. Wir setzten uns zusammen und bildeten einen Stuhlkreis. Bei dieser Gelegenheit lernte ich mein neues Team kennen. Margarete und Kerstin aus dem Kundenservice sind nicht immer ganz pflegeleicht im Umgang, denn sie sehen in jeder Veränderung etwas Negatives. Olaf, der IT-Leiter, hat mächtigen Respekt vor Cloud-Plattformen und möchte am liebsten bei seinem langjährigen, bewährten On-Premise-Lösungen bleiben. Marketing-Color, wie wir sie nennen, ist mir hingegen wohlgesonnen und versteht auch, warum Lymtec die passende Lösung für uns ist. Und dann gibt es ja auch noch den bisherigen Geschäftsführer Manfred. Ja, Manfred ist so etwas wie unser Elder Statesman. Er hat sich vor Jahren für die Implementierung der aktuell in den Stadtwerken zum Einsatz kommenden Software stark gemacht. Jetzt steht er unmittelbar vor dem Eintritt in den Ruhestand. Bist du froh, wenn er in Rente geht? Ach, das kann man so nicht sagen. Manfred besitzt viel Erfahrung, kennt die Stadtwerke Luchshausen wie seine Westentasche und weiß ziemlich gut, wie mit den Befindlichkeiten einzelner Mitarbeiter umzugehen ist. Ich lerne von ihm. Wieso habt ihr Lymtec als Cloud-Plattform ins Auge gefasst? Die Lymtec Cloud-Plattform beinhaltet alles, was wir uns als Energieversorger wünschen. Wenn ich etwa an den Formatwechsel vom 1. Oktober zurückdenke, war das für uns alle eine echte Herausforderung. Mit Lymtec hätten wir diese Aufgabe ganz ohne Frage besser hinbekommen. So haben wir jedoch einen nicht unerheblichen Betrag für externe Beratungsleistungen ausgegeben und war noch nicht so flexibel, wie ich es mir gewünscht hätte. Mit Lymtec wird das hoffentlich besser. Letztlich überzeugt hat uns jenseits der praxisgerechten Features und Möglichkeiten übrigens die Aussicht auf eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten, die vielfach auf Berufserfahrungen in der Energiebranche verweisen können und wissen, wie ein Stadtwerk von innen aussieht und funktioniert. Wir wollen ganz sicher keinen Cloud-Anbieter, der einfach eine Plattform hinstellt und uns anschließend nicht weiter betreut. Die Zusammenarbeit mit Lymtec und ganz konkret auch mit Mandy Schwerend empfinde ich bislang als sehr angenehm. Auf Augenhöhe. Das kann ich nur zurückgeben. Gibt es denn auch etwas, das Lymtec noch verbessern könnte? Zunächst hatte ich den Eindruck, dass ich die Cloud-Plattform als fertig konfektionierte Lösung von der Stange nehmen muss. Aber dann habe ich mich genauer informiert und ziemlich schnell verstanden, dass ich mir die Module, wie heißen sie noch gleich, Core und Core Plus? Ganz genau. Dass ich mir die Module selbst zusammenstellen und die Cloud-Plattform auf diese Weise exakt an meine Bedürfnisse anpassen kann. Was sind denn eure Bedürfnisse? Es gibt leider diverse Baustellen, die auch nicht unbedingt klein sind. Wir müssen in den aktuell extrem bewegten Zeiten dringend unsere Betriebskosten senken und auch deutlich effektiver arbeiten. Die Anfragen zu den aktuellen Gaspreisen haben sich verdreifacht. Wir brauchen im Moment definitiv zu lange, um Kundenanfragen zu beantworten. Unsere Google-Rezensionen spiegeln das wider. Da können wir helfen. Wir bieten bei LYNGTECH ein Omnichannel-Support und es gibt ein ebenso übersichtliches, strukturiertes und modern gestaltetes Kundenportal, mit dem die Kundinnen und Kunden viele Dinge selbst erledigen können. Und? Und ihr habt doch dieses Churn. Du meinst dieses Churn-Analyse-Tool? Und was verbirgt sich dahinter? Kurz zusammengefasst stellt beim Churn-Analyse-Tool eine fortgeschrittene künstliche Intelligenz eine verlässliche Prognose, ob eine Kundin oder ein Kunde möglicherweise abwanderungsgefährdet ist und eventuell bald kündigen wird. Das gefällt mir. Wir müssen Standardaufgaben automatisieren, damit wir mehr Zeit haben, um uns den wirklich wichtigen Dingen zu widmen. Aktuell können wir nicht mal Ratenzahlungen anbieten. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass eingehende E-Mails in den Stadtwerken Luxhausen zwecks Archivierung ausgedruckt werden und an vielen Stellen immer noch mit einer Tabellenkalkulation aus dem allseits bekannten Office-Paket gearbeitet wird. Das Preismanagement ist ein Beispiel dafür. Bislang gab es für jedes Bundesland eine Tabelle mit den zugehörigen Preisen. Soll ich mit der Baustellenliste weitermachen? Warum? Wir haben immer noch keinen Tarifrechner auf unserer Webseite. Wir sind nicht in Vergleichsportalen vertreten. Und es ist bei uns noch nicht einmal möglich, einen Vertrag online abzuschließen. Schlimmer noch, man muss immer bei Margarete und Kerstin anrufen. Dabei wäre ein End-to-End-Ansatz sinnvoll, der sämtliche Prozesse nahtlos von Anfang bis Ende abdeckt. LyncTech bietet sowas an, wie ich mittlerweile weiß. Hallo? Könnt ihr mich noch hören? Moment, ich habe ja gerade ein Problem mit dem Rechner. Was ist denn das schon wieder? Charlotte? Charlotte? Du, die Verbindung ist total schlecht. Charlotte? Die Verbindung, die ist echt mies. Mandy, was genau ist mit End-to-End gemeint? End-to-End bedeutet, dass ein Unternehmen sämtliche Schritte der Wertschöpfungskette optimal zu einem datengetriebenen und kundenzentrierten Prozess verbunden werden. Alle vertriebsrelevanten Vorgänge werden von Anfang bis Ende sinnvoll miteinander vernetzt. Ziel ist eine Steigerung des Kundengeschäfts bei Senkung der Akquise, Service- und Betriebskosten. Bei LyncTech werden mit aus einer Hand stammenden, perfekt ineinandergreifenden Microservices überzeugende Erlebnisse für Kundinnen und Kunden gestaltet. Von der Produktentwicklung über Vertragsabschluss und Customer Support bis hin zur Abrechnung. End-to-End eben. Das klingt interessant. Die LyncTech-Cloud-Plattform ermöglicht eine übersichtlich aufbereitete Gesamtbetrachtung. Hinzu kommen umfangliche Analysemöglichkeiten, die dank einer geschickten Verknüpfung aller verfügbaren Daten zu wertvollen Erkenntnissen führen. Diese Insights liefert LyncTech, indem unmittelbar alle relevanten Daten zu einer Kundenhistorie aufgezeigt werden, sobald Kundinnen und Kunden auf einem beliebigen Kommunikationsweg mit dem EVU in Kontakt treten. LyncTech schafft Datentransparenz. So, da bin ich wieder bitte entschuldigt. Das eben war mein Kollege Olaf. In Luxhausen ist es manchmal ein wenig mühsam mit den digitalen Dingen. Kein Problem. Mandy hat eben erklärt, was End-to-End bedeutet. Ich sehe, dass wir auch schon fast am Ende der Folge sind. Bitte noch ganz kurz als Info für unsere Zuhörenden. Wo kann man denn den Podcast Stadtwerke Luxhausen verfolgen? Auf allen gängigen Streaming-Plattformen und auf der Web-Präsenz von www.stadtwerke-luxhausen.de. Seit dem 27. September gibt es mehrere neue Folgen zu spannenden Themen wie Marktkommunikation, Abrechnung, Business Intelligence und anderen mehr. Mandy, wie können Energieversorger mit euch in Kontakt treten, wenn sie mehr über LyncTech erfahren wollen? Am besten direkt über unsere Website www.lync.tech. Da haben wir ein Kontaktformular. Oder über LinkedIn. Wir sind auch auf LinkedIn unter Stadtwerke Luxhausen zu finden. Selbstverständlich finden Sie das Team von Energie und Management ebenfalls auf LinkedIn. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen. Meine Gäste heute waren Mandy Schwerend, Geschäftsführerin der LinkTech GmbH, und Charlotte, die neue CEO der virtuellen Stadtwerke Luxhausen. Danke für das Gespräch. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.